Auf was für einem Niveau fahren die, Alter? Nicht dein? Ja. Boah. Warte. Ah! Aber außer die Passe wird! Ah! Musst du dich mitreißen! Danke! Ne, du hast mich jetzt wieder voll aufs Dach gelegt! Und ich liebe Menschen! Nicht. Dann bin ich. Was ist los? Ich bin dran, aber wir wurden getrennt. Incoming! Au! Okay, ich kann dem Arnie wegkommen. Schick das Kaffee, ich melde mich unten. Ich bin wieder auf der Leitplage hängen geblieben und du hast mich gerade runtergekickt, ey. Ich wahrscheinlich wieder im Gnadebildschirm fest. Wart mich noch mal ein. Ich bin dran, aber ich bin dran. Ich bin dran, aber ich will nicht schuld sein wenn man mich auf den Strassen graben kratzt. Was Ich bin dran! Oич! Was? painted unter 5 5 5 5 6 6 Zirusting Ja, schubs mich was lecker, Alter! Wie soll ich da vernünftig fahren, bitte? Ich muss mal auf. Nichts übel. Nichts gelitten. Ich geh nur das auf! Aber egal, ich fahr noch. Ich fahr noch, ich fahr noch. Was machst du? Das sieht vollkommen unnormal aus. Die Listen blitschen immer vor mir rum. Lack Attack! Lack Attack! Der Penner, Alter! Wär ich? Au, du hast die Seite geleckt und dann wurden die wieder zu mir geleckt? Ah, die Flieger. Ist das der richtige Ort? Ist das der richtige Ort? Ja, dein Wüste ist gern. Oh ja, sicher. Okay. Ich hab nichts gemacht. Null. Ich bin schon blockiert. What? 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 Oh, wenn er den jetzt zu dritt fetzt. Nein, Alter. Der wird trotzdem verkacken. Oh, ich dachte schon, was rampft mich denn da bitte. Aber der leckt mich hin, der Typ. Hey, was soll das? What? Was soll das denn? Was soll das denn? Hä? Blacks for the wind! Hahahaha! Hahahaha! Wow, wow, wow! Was ist denn zu Gold? Okay, ich kann damit leben, wenn wir ihn später sicherstellen können. Ja! So viel zum Thema verkacken, Alter! Er hat den anderen voll umgeworfen, Alter! Du hast die Crew verlassen? Was? Was? Du bist der neue Crew, Alter! Was geht denn jetzt ab, Alter? Naja, das ist... Du bist gerade in die andere Richtung gefahren, Jonas!